Das Ding ist live. www.überschussenergie.de. Lars Eichhorst mit mir gemeinsam ein neues Projekt und warum wir das gemacht haben, um das geht es heute in diesem Rette Dein Geld Video. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Rette Dein Geld Video mit mir Matthias Reda. Heute eine Spezialsendung und zwar wir sind live. Und wer ist wir? Das ist natürlich der Lars Eichhorst. Servus Lars, grüß dich. Hi Matthias, grüß dich. Und zwar wir haben ein hübsches, wie ich meine, und sehr interessantes gemeinsames Projekt gestartet, das heute am 21.08. live gegangen ist. Und zwar heißt es www.überschussenergie.de, also www.überschuss.de, wo wir Informationen bereithalten für euch. Und um das geht es heute in dem Video, nämlich um das Thema, warum gibt es überhaupt diese Seite? Es ist ja immer die Frage, warum macht wer etwas? Und da würde ich dich, Lars, bitten, stell dich einmal kurz vor, den FollowerInnen von Rette Dein Geld und steigen wir mal so über dieses Thema ein, wie es dann sozusagen zu diesem gemeinsamen Projekt gekommen ist und warum es es überhaupt gibt. Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Lars Eichhorst. Ich bin Energieberater. Ich bin in Deutschland der einzige eingetragene Fachbetrieb für Bitcoin-Mining-Anlagen, bin auch in der Elektro-Innung, das heißt also, habe den Verband im Rücken. Und wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Wie sind wir dazu gekommen? Ganz einfach, als Energieberater beschäftige ich mich jeden Tag mit erneuerbaren Energien. Wie können wir unsere Gebäude effizienter gestalten? Wie können wir unsere ganzen Städte effizienter gestalten? Und genau, als Bitcoin-Enthusiast ist natürlich mein Interesse mit meiner Berufung einhergegangen und ich habe in Deutschland mittlerweile so viele Projekte umgesetzt, wie das Jahr Monate hat, wo wir eben energetische Sanierung umgesetzt haben mit innovativer Wärmegewinnung. Und genau, Matthias und ich, wir hatten einen hervorragenden Austausch bei der PTC Prag, haben viele Tage miteinander verbracht, hatten ganz viele tolle Ideen und sind dann dazu gekommen, Hey, komm, wir machen einfach etwas zusammen. Du hast deine Expertise in der Beratung, ich habe meine Expertise im Bereich Elektrotechnik. Wir, ja, wir passen einfach hervorragend zusammen und so ist Überschussenergie entstanden. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Techniker. Das habe ich mir alles immer vom Lars erklären lassen. Ich bin ja ausgebildeter Banker. Kryptoökonomie trage ich auch vor, Bitcoiner natürlich. Und so haben wir uns auch ein bisschen gefunden, weil für mich das Thema Mining bis vorigen Herbst, also bis ins Jahr 2023, obwohl ich schon seit 2016 bei Bitcoin dabei bin, war das für mich das Thema Mining eigentlich immer ein Nebenschauplatz. Natürlich habe ich den Konsensmechanismus erklärt. Natürlich hat mich das auch interessiert, was diese Branche alles macht. Aber so wirklich dahinter geschaut habe ich da eigentlich nie. Und ja, jetzt bin ich sozusagen in dieses Bitcoin-Mining-Thema hineingestolpert und da ergeben sich ganz, ganz neue Ansätze, gerade auch für hier im Mitteleuropa im Dachraum, wo wir große, große Probleme haben. Und die haben wir auch bei sehr, sehr viel Kaffee in Prag, bei Bitcoin Prag, die drei Tage lang besprochen, sodass wir gesagt haben, Lars mit seiner technischen Komponente, ich mit meiner wirtschaftlichen, mit meinem Netzwerk, mit meinem Rettet dein Geld, mit dem Kanal etc. machen wir doch ein gemeinsames Projekt. Und da würde ich schon einmal das erste Mal sagen, schaut euch einfach einmal, klickt euch da mal durch, www.eberschuss.de-energie. Es gibt dort einen Rechner, wo ihr euch einmal durchklicken könnt. Wir haben Informationen bereitgestellt, die es euch erleichtern sollen, nämlich was zu tun, richtig mit eurer Überschussenergie umzugehen. Und jetzt, Lars, erklär uns einmal ein bisschen, warum ist das so wichtig, mit der Überschussenergie nicht nur hauszuhalten, sondern die auch richtig einzusetzen. Genau, sehr gerne. Ja, die Problematik haben wir ja ganz egal, ob bei euch oder bei mir. Die Einspeisevergütungen sinken immer mehr. Und das, was im Endeffekt ausgezahlt wird, ist nichts anderes als eine Subvention, die auch unsere Kinder belasten. Aber das dahingestellt. Wenn ich jetzt für, sag ich mal, für eine Kilowattstunde, die ich einspeise, sechs Cent bekomme, dann habe ich eine Amortisationszeit, je nach Anlagengröße, irgendwas zwischen sieben und achtzehn Jahren. Und wenn ich aber doch diese überschussige Energie nutzen würde, um damit zum Beispiel Mining zu betreiben oder vielleicht sogar Mining zu betreiben und dann auch noch die Abwärme für mein Gebäude oder für meine Prozesse im Betrieb zu verwenden, dann komme ich halt auf ganz andere Erträge. Und damit macht sich so eine Photovoltaikanlage halt wirtschaftlich ganz anders bemerkbar. Ich senke meine Amortisationszeiten, ich kann sogar noch Wärme gewinnen. Und das finde ich halt einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Und wir haben es auf unserer Seite überschussenergie.de euch hervorragend, glaube ich, dargestellt, damit ihr direkt sehen könnt, was ist eigentlich möglich, wenn ich so eine meine mit der Energie aus meiner Photovoltaikanlage füttern würde, was würde ich dann an Eurocent herausbekommen pro Kilowattstunde. Und da liegen wir weit über dem, was, also bei uns ist es so, es gibt eine EEG-Grundlage, dann gibt es ein Marktprämienmodell und es gibt für ganz große Anlagen dann halt die Möglichkeit auszuschreiben. Und wenn wir von den großen Anlagen, Marktprämienmodell, wo wir ungefähr bei 6 Cent liegen, bei der Börse bei 6 Cent liegen, Marktprämienmodell, da haben wir irgendwas um die 8 Cent, bis hin zum EEG, da liegen wir dann irgendwo bei 7 Cent. Da ist schon viel, viel Spiel und viel Luft drin, um einfach tatsächlich seine Energie in einen monetären Wert umzuwandeln. Und das ist einfach hervorragend. Und ich denke, wenn wir das noch koppeln mit Wärme, und das machen wir hier in mehreren Projekten bereits in Deutschland, genau, dann ist das einfach nur ein Zuggewinn für alle, weil auch, und da möchte ich kurz ein bisschen weiter ausholen, wir entlasten nicht nur die Wärmepumpen. Ich bin als Energieberater natürlich auch ein Freund von Wärmepumpen, weil sie eben sehr effizient arbeiten, aber eben in einem Arbeitsbereich beziehungsweise in einer Jahreszeit, wo wir gar keine Wärme benötigen. Zumindest nicht die für unsere Heizung. Und genau diese Wärme wollen wir mit Mining im niedrigen Sektor genau abfassen. Und das ist hervorragend möglich, weil wir können Wärme mit einem ganz normalen S21 mit 55 Grad erzeugen und können somit die Wärme für Niedertemperatursysteme bereitstellen. Es ist jetzt auch mit den neuen Maschinen, mit den M64, möglich, Trinkwassertemperaturen zu erzeugen. Und so können wir nicht nur legionell dann abtöten, sondern halt auch wirklich beim Duschen die wundervolle Technik des Bitcoin Minings über uns ergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe euch ja nicht zu viel versprochen. Der Lars ist der Techniker unter uns. Der erzählt mir dann immer, wie was funktioniert. Ich brauche das ein bisschen länger. Ich tue das dann nachrechnen und denke mir dann immer, okay, ja, das kann etwas sein. Weil für mich gibt es zwei Mining-Jahreszeiten, nämlich A, die Sonnenzeit und B, die Kältezeit. Und das Interessante ist natürlich, dass ich schaue, bei der Sonnenzeit, wo ich keine Abwärme brauche, dass ich quasi so viel als möglich Bitcoin produziere. Und auf der anderen Seite, bei der Kältezeit, eben so die Abwärme so effizient wie möglich nutze. Und wir kommen jetzt bald wieder in die Kältezeit. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Produkte draußen. Aber, um was geht es bei uns generell bei dem Thema überschussenergie.de? Es geht uns um Informationen. Es ist so, wie Bitcoin noch 2015, 16, 17 auf sehr viel Unverständnis getroffen ist, trifft auch noch das Thema Bitcoin-Mining auf viel Unverständnis, um das jetzt einmal so zu sagen. Und da wollen wir einfach eine Informationsplattform schaffen, wo man sich informieren kann, wo man Beispiele sehen kann, wo man das auch kalkulieren kann, um sich dann auch eine eigene Meinung zu bilden. Und deswegen gibt es www.überschussenergie.de, vom Lars und von mir, um euch Informationen zu geben. Und jetzt könnt ihr euch natürlich auch berechtigt fragen, was haben wir da davon? Naja, klar, also wir sind beide im Consulting-Bereich tätig. Und man kann uns dann natürlich auch buchen bei weiterer Fragelage, bei Kalkulationen, bei Schaltplänen. Also das alles bieten wir an. Seht ihr ja eh alles auf der Seite. Aber das wollen wir natürlich auch nicht verhehlen. Schlussendlich sind wir beide ja auch selbstständig tätig. Und wollen hier über den Mehrwert natürlich auch a. das Thema bringen und b. dann natürlich auch eine gewisse Käuferschicht ansprechen. Das möchte ich natürlich auch nicht verhehlen. Aber prinzipiell, die Information ist frei verfügbar. Jeder kann seine Fragen stellen. Man kann auch ein kostenfreies Erstgespräch buchen mit dem Lars, mit mir oder auch gemeinsam, je nachdem. Und schaut euch einmal kurz den Rechner an, den wir euch bereitgestellt haben. Und wir stehen dann natürlich auch für eure Fragen sehr, sehr gerne zur Verfügung. Das soll es jetzt einmal fürs Erste gewesen sein, lieber Lars. Das heißt, schaut euch auf www.überschussenergie.de mal kurz um. Klickt euch durch. Das Warum haben wir gerade erklärt. Wir werden euch da sicherlich noch weiter am Laufenden halten. Lieber Lars, let's go live. Und ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Jawohl. Ich danke dir, Matthias, für deine Zeit. Und bis bald mal wieder. Ciao. Ciao. Musik